Liebst du deinen Partner wirklich? Wie ist das, wenn dein Partner in deiner Partnerschaft einen Wunsch äußert, was er gerne tun möchte? Wenn dieser Wunsch nichts mit dir zu tun hat? Wenn er morgen gerne Tischtennis spielen will? Wenn er andere Dinge erledigen möchte? Was sagst du dann? Ist es dann normal für dich, dass er das tun darf? Oder muss man sich dann absprechen? Das ist eine interessante Frage, weil dieses Absprechen ist in vielen Beziehungen kein Absprechen, sondern es ist in vielen Beziehungen einfach ein Regelkatalog, den man sich selber für jetzt und für die Zukunft auferlegt. Man unterbindet die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Immer unter der Rechtfertigung, ja, man muss dann immer einen Kompromiss machen. Das ist aber eben nicht notwendig. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, seit ich meine Partnerschaft so gestalte, dass ich den anderen einfach annehme, den anderen akzeptiere und den anderen komplett Dinge tun lasse, die er möchte, ohne darauf zu verweisen, dass er mir gegenüber eine Verantwortung hat und ihn so suggestiv zu manipulieren und ihm so mein Ego in irgendeiner Weise aufzudrücken und mich meinerseits auch nicht annehmen zu lassen, sondern immer durch eine Verbindung mit Zwang, mit einem Druck, ja, präsentiere. Es ist doch vollkommen in Ordnung, wenn zwei Menschen das Gefühl haben, dass sie zum Beispiel mit keinem anderen Menschen näheren, intimen Kontakt wollen. Wunderbar. Aber was passiert denn, wenn eine Partei das möchte? Liebt er dann den anderen nicht mehr? Ihr kennt das vielleicht aus verflossenen Beziehungen, dass die Liebe oftmals gar nichts damit zu tun hat, ob man mit jemandem Sexualität ausleben möchte. Sexualität ist, wie auch der Hunger, ein ganz natürlicher Instinkt. Der ist uns angeboren. Und genauso wie wir auch beim Appetit, beim Essen oft Veränderungen haben, so ist das in der Sexualität auch oft mit Reizen verbunden. Und entsprechend ist dann die Frage, ob wenn du deinem Partner das dann verwehrst, ob das dann wirklich Liebe ist. Du für dich selber kannst das doch wunderbar entscheiden. Du kannst doch sagen, ich möchte einfach nicht mit anderen schlafen oder andere küssen oder andere kuscheln. Jeder zieht ja da die Grenze woanders. Das kannst du doch für dich entscheiden. Und dein Partner, wenn er dich liebt, wird das genau respektieren. Aber warum willst du deinem Partner etwas vorschreiben? Wenn beide Menschen nicht das Gefühl haben, dass sie mit einem anderen Menschen intimen Kontakt möchten, dann ist das in dem Moment so. Und dann können die beiden das in dem Moment auch so sagen. Aber es ist doch vermessend zu sagen, ich weiß jetzt in dem Moment, was in 10 Jahren sein wird oder was in 30 Jahren sein wird. Und das Problem, was dann viele Partnerschaften haben und vor dem sie stehen, ist dann, wenn dann eine Partei nur einfach intimen Kontakt mit einer anderen Person möchte, dass dann die Beziehung in Frage gestellt wird, weil die Beziehung darauf fußt, dass man sich selber Regeln auferlegt hat. Wenn man in der Situation einfach sagt, okay, wenn das dein Wunsch ist, dann tu das, dann hat das erst mal gar nichts mit der Beziehung zu tun, außer, dass in dem Moment dieser Mensch eben nicht bei mir ist. Aber die Liebe, die ist davon ja, komplett unberührt. Also, ihr verbindet, und das ist genau das, was die meisten tun, ihr verbindet Liebe mit Exklusivität, Liebe mit Besitz, Liebe mit Regeln. Liebe ist aber kein Besitz, Exklusivität und schon gar nicht Regeln. Liebe ist bedingungslos. Und Bedingungslosigkeit und Regeln, das sind die beiden komplett konträren Enden einer Linie. Das heißt, sobald ihr Regeln aufstellt, hat das nichts mehr mit Bedingungslos zu tun und dann hat das nichts mehr mit Liebe zu tun. Dann kann man das Liebe nennen, weil man sich dann besser fühlt. Aber es ist keine Liebe. Es ist eine, ich würde sagen, eine Zweckbeziehung. Du tust mir was Gutes, ich tue dir was Gutes. Und genau das ist die Realität häufig, wenn wir uns Beziehungen anschauen. Ich habe selber schon auch Paartherapie gemacht für zweieinhalb Jahre und das ist immer dieselbe Problematik. Und ich habe daraus gelernt, ich lebe in den Augen der meisten Menschen, die jetzt meinen YouTube-Kanal nicht kennen, eine monogame Beziehung, in der ich mit einer Person intim bin und auch zurzeit nicht das Bedürfnis habe, mit anderen intim zu sein. Bei der Person ist das genauso. Aber wir bezeichnen das nicht als monogame Beziehung. Wir bezeichnen das gar nicht. Und wenn ich in YouTube von etwas rede, dann nutze ich eher den Terminus offene Liebe, um einfach zu sagen, dass da keine Regeln existieren. Aber sobald dann jemand schon wieder offene Liebe definieren will, dann bin ich dann auch schon wieder raus. Das bedeutet einfach, den Tag so anzunehmen. Den Tag mit dem Partner, ohne dem Partner. Die Liebe. Die Liebe, die man gerade spürt. Ohne Regeln. Ohne Exklusivität. Vielleicht kann euch etwas anregen, über eure Beziehung nachzudenken. Es geht hier nicht darum, dass man mit allen möglichen Leuten schläft. Es geht darum, dass man einfach für sich seine Entscheidung treffen kann. Aber dass man auch dem Partner gewährt, seine Entscheidungen zu treffen. Natürlich nur unter der Voraussetzung, dass man ihn liebt. Das ist ein bisschen zu verabschieden. 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 Das ist ein bisschen zu verabschieden.